mal Verteidigung aufbauen beim ersten Mal kann man das nicht wissen weißt du H7 im Siebel es ist welche Worte jetzt erstmal lieber bis ich irgendwas krieg oder ich setze jetzt doch mal wieder da einer ist da das ist sich den gleich dahinten Spuck ihn voll aber jetzt habe ich eh gleich eine Alarmanlage wenn ich jetzt eine Reihe voll hab ich glaube da wird schon angeknabbert ich sehe es ja ja vor Ort ist sie das ist ein da unten wird auch schon geschlossen heute ist man sieht die Hürde von Gießen du kaputt ich krieg noch gleich Verstärkung der Schicht ist die Stadt auch das war ein Hütchen zu machen und den Kopf sieht man noch dann auch nicht das sind Beere zum Ort die Nuss schaut nicht mehr freundlich da aber okay wird er auch vor Ort erschießt auch schon also das haben in jeder Reihe mal irgendwo wird geknappert da wird geknallt wird oben bei der oberen muss du sagst noch freundlich genug aus und weiße man auch aufpassen da ich sollte man was aber auch gucken naja ich habe ich glaube da ist es noch keine Wasser kann sie auch nicht wissen ja frisst die arme Seerose mit dem Abend traurigen Blick um und auch dass sie sich hier dass wir aufnehmen macht nix wird auch nicht jeder kann rein ja und jetzt aus Prozent es hat nur mach jetzt einfach mit sind wunderbarer ist reichlich lieb reizt die herr ist er hat die er hat sie ist ein Gehört! Oh, das ist kaputt geil! Oh, den hat schon den Kopf verloren. Oh! Er vertraut! Ach komm jetzt! Fresst! Im Wasser steht noch nix an den Serum. Problematisch. Oh, da ist jemand ins Wasser gestiegen. Ja. In der dritten Reihe ist jemand ins Wasser gestiegen. Der knabbert deine Serum jetzt ab. Andere. Undere. Schauen wir mal. Oh, da ist schon durchgekommen hier. Oh, das wollte ich eigentlich oben setzen. Oh, die Scheiße. Oh, ist nicht leicht, aber da ist auch wieder einer rein. Hier! Ah, genau, der ist hier schon. Dann sag ich da ja. Okay. Das ist es ja. Ja, gut zu wissen jetzt eigentlich. Oh. 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 Oh, nö. Ich kriege ja nur das hier. Ich hasse es, wenn man nur Seerosen bekommt. Oh. Oh, Kornapult. Ja, schieß mal, mein Freund. Auch in der obersten Ding. Jo. Da wird... Im Wasser. Im Wasser ist einer. Im Wasser oben ist auch einer. Und noch keiner ist. Schon wieder einer. Ja. Ja. Da hätten wir die Pflanzen mehr be... die... bewegen müssen. Tja. Das ist lustig. So. Jetzt hat's. Wird schon. A hookah Frelle. Jetzt aber erst der erste. Komm ins Wasser. Das ist erst der erste. Schon wieder eine Seerose. Die armen Seerosen. Oh. Ja. Der wollte ordentlich runterkommen. So. Dann machen wir hier auch nochmal die Verdeidigung. Die Orson-Verteidigung. So, machen wir hier auch. Dann ist wenigstens hier schon fertig. Soweit. Hier wird aber geknappert. Ich seh's unten. Oh. Ordentlich geknappert. Nehmen wir mal den Kornapult derweil. Ich nehm alles, was ich kriege. Ah, das ist die Ersmaschine. Kennst du die noch? Ja, die macht jetzt grad die Nussblatt. Pff. Pff. Aber. Jetzt, wenn die Jamaika, die Bockmannschaft kommt. Das wird lustig. Oh, 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 oh. Pff. Pff. Musch. Jetzt kommt gleich. Jamaika hat ne Bockmannschaft. Pff. Die Delfin-Zombies. Oh, nein. Pff. 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 Keiner mag euch. Pff. 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 Oh, der ist schon da durch oder wie? Oh. Ja. Toll. Pff. Pff. Der ist da durch. Ach, das ist perfekt. Machen wir's so. Ja, der ist ja über mein Walnuss drüber gesprungen. Da muss ich was tun. Pff. Ja, der Delfin macht das. Ja, da muss ich was tun. Pff. nur noch so erlten immer abreden aber so darf er hätte wenigstens einmal den Delfin ich muss hier noch mal bisschen mehr front kannst du mal nerven egal wie du kommst da hat er ein Sprung an die Stau ich mag dich nicht keiner die Wahl der Städte körperlich der ist Netto Ferry und 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 Prozent 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 Säß war nicht mehr nötig gewesen er hat sich und eine Schöpfung der Gerätschenscheidung er hat die Bisslöser sie hat sie machen die schon kaputt sie zu wissen 14. und springteufel Tüttel Götter 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 NMG nicht ab die Pferde sehr nur nur die doch die Scheißdinger da wird auch unten wasser einfach geknüspelt hier man weiß ich muss hier noch mal eine Reihe Pflanzen hinkriegt kommen Leute ein Konopult Wasser ist nichts um so zu führen wollen auf war so das ist jetzt ja es hat schon ganz gut aus und der ist schon hier vorne jetzt ist er tot so ich fülle den hier mal kurz aus damit er wieder knuffelig ist Scheiße da ist keine Verteidigung mehr der ist hier durchgekommen eigentlich müsste ich eine Bombe kriegen aber der geht hier durch und zum Problem Scheiße jetzt warst du bei Nächsten was auf die Zukunft okay ich muss noch mal neuer Restore level ist schwer ganz schwer ich hätte es nicht hat die sich wie so jetzt weiß ich dann setze ich einfach mal muss denn jeder rege doch perfekt eigentlich ja das ist das weiß ich am besten da ganz unten schon mal in der vierten zweiten Reihe kommt auch schon nach ja da das aber ganz am Anfang einfach mal hier legen da ist noch keiner das sieht man dann das ist ja das ist komisch dass die Pflanze ihn zieht ich hätte ihn nicht gesehen ich denke mal im Wasser kommst du noch nicht gleich das dauert ein bisschen dann nämlich mit Rett irgendwie der eine die ich glaube oben ist der hier vielleicht das wollen wir gleich sehen ja irgendwo da sehr sehr weit vor ich habe aber den schon gehört so es sind zwei auf diese da ist gesichert aber hier müsste ich noch hier ist die seerose da genau hier der wird schon umgebracht aber hier sind drei in einer reihe so es sind jetzt nur zwei in meiner reihe die knabber und deine pflanze an und pflanze weg ja aber nicht alle tage abend ich weiß bloß nicht wie weiter ist okay er hat aktiviert schon die zwei es waren drei schon die gingen zu erinnern kräftig man kriegt echt ganz schlechte grad da war es läuft auch gut da wenn man aus der roten Seite kommen soll sie dann kommt schon die ersten wasser läuft zuerst und dort der Matschkörpers machten der zermatt schimpft so jetzt hat kann man mal jede reihe mal so eine pflanze schon sehr gut sehr knuffig aber da sind einmal zum wie hier irgendwo das soll wieder einen im wasser nachdem er durfte gut er hat diesmal ist es wirklich gut aber man wusste eigentlich nicht was passieren kann oder welche art von zombie welche art von zombies die zum boni kommen dann irgendwann also die platze verliert das ist wirklich gut der ist sehr nah ach hat er beide gegessen oh nö es waren aber zwei kein wunder irgendwo da wird gegessen das ist schon schwer das habe ich zwar in jeder reihe einen aber das nützt mir irgendwie nicht so komm fahrrad doch oh da ist einer Huch auf Welle mich hier so ein bisschen was schnelleres bekommen ja René hat schon gesagt es sind schwere levels oh das ist bitter der ist da reingehüpft erhüpfte wie sie über die Seerose dann schafft er den vielleicht noch du siehst ja ich habe kaum verteidigung also ich habe schon was aber also ich mir geht mir noch ein bisschen mehr lieber guter weihnachtsmann bitte schenken mir ein bisschen glas wein ein aber du kriegst auch nicht gute karten ich kriege ich doch eine scheiße zusammen da oben ist einer unten und in der mitte da kann man eigentlich nur setzen springteufel ich kriege jetzt fast die zweite reihe zusammen ja jetzt das ist so doof man kriegt echt schlechte karten spiel daran bist du schuld nur du nicht dich das ist durchgekommen die oberen da unten kommt die nette wieder diese die schnee Maschine auch schlechte karten das hält die nicht auf der macht die vierte Platten nicht aber das hält ihn auf aber nur der war schon weit ich möchte wissen wo du kommst jetzt hast gewusst wo der kommt das kommt noch mal so ein springteufel ja jetzt ach da hätte ich weiter umsetzen können aber nein gut im wasser ist als schlecht jetzt gerade ganz oh da war einer boom und da ist auch noch mal einer gewesen oh im wasser wird es knapp wenigstens da hier passt es jetzt im wasser wird es echt klappt wenn ich jetzt keine Seros kriege das ist bestimmt irgendeine Wasser ich weiß aber nicht wo wann wie vielleicht Jesus wenigstens da wird einmal verteidigt da noch mal rein schwimmt da ist einer nee der ist hier nein der ist unten ja nervt oh ja toll da waren mehrere jetzt da im wasser wasserverteidigung ist schlecht ganz schlecht ah noch einer wo im wasser da matschkörbis jetzt jetzt schon wieder ja aber der wird hält den vielleicht ein bisschen auf nein fuck äh ne der springt doch noch auf den drauf sie sind wie blöd der guckt wie blöd diese guckt einmal probiert es noch mal dann machen wir noch mal ein anderes Minigeld das ist hart also schlechte Karten Spiel merke du bist scheiße nein du bist gut ja du hast ja auch das Spiel wie weit bist denn du ne hier und hier ja wie weit bist du ich bin jetzt schon bei 4-5 4-5 cool aber erste Runde na also ich wünsche doch noch sehr viel schönen Spaß mit diesem Spiel kümmer hier schon aus ob sie am Handy durchgemacht ja du hast sie aber noch mal geholt auch da oben ist einer und hier ist einer ich markiere mir das mal mit meinen Fängern perfekt jetzt soll ich hier noch mal mein Mann damit ist da in der 1 zu der vierten Reihe von unten so und ich bin und der sich schon seit diesen noch nicht kommen noch nicht so weit also wenn ich jetzt die Seerose kriege dann das Spiel mag ich nicht das mag ich jetzt nicht kommt jetzt mir was die Seerose Wer warst du? Feuchtig. Na also. Der ist jetzt schon sehr weit. Da ist er. Es geht schon noch. Der ist langsamer. Ganz slowly. Slowly. Er hat ihn schon geschafft. Ein Matschkürbis. Setz dich mal gleich im Wasser rein. Erstmal so an die Front. Und Kürbis meldet sich zum Dienst. An die Front. Boah. Boah. Unten kommt ganz unten. Unten muss ich jetzt aufpassen. Seerosen. Jesus sei mit mir. Jesus will nicht mit Jesus. Jesus denkt nicht an. Jesus will alle Leute nicht haben. Ihr fresst. Es schmeckt so gut. Das Alarm von meiner Träume. Jetzt ist er dort. War einer mit Tod. Wenn ich wenigstens Eispilche kriegen würde. Okay. Okay. Oh, da unten. Aber Gott sei Dank. Hier habe ich ja schon rein. Da noch keiner ist ganz unten. Ne, ist auch noch. Hm. Sieht schlecht aus. Ah, das ist schon schön. Ah, im Wasser. So, jetzt hat. Jetzt ist er mal. Im Wasser habe ich jetzt gesichert durch meine Süßen hier. Ich nenne sie die männlichen Süßen. Das schaut doch melancholisch aus. So richtig traurig. Oder Butterbrotter. Ich hasse alles. Ich hasse diese Welt. Die Welt ist nicht groß genug für uns beide. Ja, scheiße. Schon wieder einer in Wasser. Ich bin wie Louis de Finney. Nein, doch. Aber jetzt hast du gut verteidigt. Ja. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so richtig stolz auf mich. Bin ich auch auf dich. Ja. Da danke ich. Fröhlich. Du hast mir eh schon so viel geholfen. Das war richtig gut. Bei dem einen Level. Ich habe gedacht, das schaffte ich heute nicht mehr. Das schaffte ich nicht. Ne? Ja, ich hätte gedacht. Nein, Sir. Wird nichts. Aber. Oh nein, ich wollte eigentlich oben. Macht auch nichts, weil dann ist die Nuss wieder Nuss. So. Ich kriege jetzt. Hey, weißt du was? Ich kriege jetzt weniger Seerosen als vorher, oder? Ja. Okay. Jetzt schon stehen. Okay, jetzt kriege ich schon ein Schnapsglas. Ich bin auch damit dankbar. Jetzt kommt ein Schnapsglas. Oh, jetzt macht letztendlich Doppelspaass. Oh, die Eismaschine. Geh, geh nach Hause, Eismaschine. Jetzt fahrt sie gleich platt. Wetten vielleicht. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. So. Die Eismaschine ist unbeeindruckend. Von der Tätigkeit auch. Ha, 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 ha. Oh, der, den ist es so. Nein, na? Immer näher, immer näher. Tam, tam, tam. Du hast über den Platz gewalt. Ja, macht's den doch kaputt. Gebeam! Das ist so eine Scheiße. Den hätte ich eher gebraucht. So, das schaffen sie vielleicht noch. Okay. Danke. Gott sei Dank kommt nicht die Jamaika-Bockmannschaft, habe ich gemerkt. Die kommt nämlich nicht. Könnte schon sein. Aber schau, wie weit das ist. Nein, sie kommen nicht. Weil ich das sage.